Die Stadt Langenberg ist ein Kleinod und eine schöne Stadt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Hochstand zur Beobachtung des Geschehens im Walde am Langenberger Sender. Ein kleines Wasserauffangbecken. Um den Langenberger Sender gibt es sehr viele schöne Wanderwege. Hier sind noch alte Sturmschäden zu sehen. Ein über zig Jahre verrotteter Baumstamm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein alter Baumstumpf, der vor sich hin verrottet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020